Auch so viele Jahre nach seinem Unfall erinnern sich viele Menschen noch voller Freude und Liebe an Michael Schumacher. Jetzt packt sein guter Kumpel Mika Heckinen aus und verrät, warum der Rennfahrer ein waschechter Kämpfer ist, der niemals aufgeben würde. Über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher ist auch nach so vielen Jahren kaum etwas bekannt. Seine Familie und seine Freunde tun alles dafür, um seine Privatsphäre zu schützen. Auch heute noch erinnern sich seine ehemaligen Weggefährten sehr gerne an die gemeinsame Zeit und sprechen nur in den höchsten Tönen von dem ehemaligen Formel-1-Star. Auch Rennfahrer Mika Heckinen hat sich immer sehr gut mit Schumi verstanden. Mika packt aus, wir haben eine lange Historie zusammen. Wir fuhren ja schon mit 14 gegeneinander Kart. Unsere irgendwie lustige Rivalität begann schon damals. Bei einem Rennen der deutschen Formel 3 habe ich ihn als Gaststarter mal besiegt. Das gefiel ihm gar nicht. Trotzdem hatten wir großartige Duelle, erzählt Mika im Interview mit Autobild. Schon damals sei Michael ein sehr harter Gegner gewesen, der nicht mal im Traum daran gedacht hätte, aufzugeben. Ich hoffe, dass ihm diese Eigenschaft auch heute hilft, sagt Mika hoffnungsvoll. Michael war neben dem großen Naturtalent jemand, der unglaublich hart gearbeitet hat, mental sehr stark war und auch noch sehr clever. Er wusste ganz genau, was er wollte, und er hat das auch sehr direkt gesagt. Mika weiß, dass auch Michaels Sohn Mick hoch hinaus will. Doch für junge Fahrer sei es momentan sehr schwer, große Erfolge zu feiern. Früher, zu meiner Zeit, da gab es noch viel mehr Tests. Da hatten die Fahrer Zeit, sich zu entwickeln. Heute gibt es praktisch keine Tests mehr. Man sitzt höchstens noch im Simulator und wird danach beurteilt. Klingt ganz schön hart.